Hallo Michael, was machst du denn hier? Jeder macht das, was er am besten kann. Und genau das machen wir hier im Systemhaus in Dresden. Heute haben wir Ihnen dieses spannende Thema mitgebracht. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Was hast denn du da für eine alte Tasse? Die hat schon viel gesehen, viel Produktentwicklung mitbekommen, aber neue Sachen sehen wir hier. Proportionalventil-Technologien, Druckentlassik, das Proportionalventil und hier unsere Whisper-Walve-Technologie.